Wir wollten auf einem Mini-See mit einem Schlauchboot dicke Barsche angeln und was dann direkt passierte, das seht ihr jetzt. Das muss nicht sein. Okay. Oh, Fisch. Fisch? Ja. Ist das ein Barsch? Ja, also wenn es ein Barsch ist, ist es richtig guter. Richtig guter Barsch? Geil, geil, geil. Achtung, ist ein Barsch, ist ein Barsch. Ist ein Barsch? Schon gesehen? Nee, aber... Der schüttelt sich so. Konzentration, schön straff halten. Aber könnte auch eine Fritte sein. Bitte nicht. Das ist es. Komm bitte. Oh, yes, baby! Geil! Alter, mega! Was ist ein Barsch? Was ist das denn?